Laura Mauri Tonke ist eine deutsche Schauspielerin. Leben Laura Tonke ist die Tochter des Filmausstatters Michael Tonke. Sie wuchs in Westberlin auf und studierte in Berlin bis 1996 Theaterwissenschaften. Im Alter von 17 Jahren gab sie in Michael Klias Spielfilm Ostkreuz ihr Debüt vor der Kamera. Es folgten zahlreiche Rollen in Spiel- und Fernsehfilmen. Darüber hinaus wird sie auch von Szene- und Modemagazinen als Model gebucht. Seit dem Frühjahr 2007 steht sie auch bei Performance-Produktionen des Theaterkollektivs Gob-Squad in der Berliner Volksbühne und in anderen Theatern auf der Bühne. Im Jahr 2000 wurde Tonke mit der Lillipalmer Gedächtniskamera als beste Nachwuchsschauspielerin ausgezeichnet. Für ihre Rolle der Gudrun Ensslin in Christopher Roths Spielfilm Bader wurde sie 2003 für den Deutschen Filmpreis nominiert. In der Tragikomödie Hedi Schneider steckt fest von Sonja Heiß, die 2015 auf der Berlinale Premiere feierte, spielt sie die von plötzlichen Angstzuständen heimgesuchte Titelfigur. Dafür erhielt sie begeisterte Kritiken, so schrieb der Spiegel beispielsweise, die Rolle der Hedi Schneider füllt sie dermassen überzeugend und passgenau aus, als sei sie ihr auf den Leib geschrieben. Bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises 2016 wurde Tonke zweifach ausgezeichnet. Sie gewann nicht nur den Preis in der Kategorie, beste weibliche Hauptrolle, für ihre Rolle der Hedi Schneider, sondern auch den für die beste weibliche Nebenrolle im Film-Mängelexemplar. Laura Tonke hat einen Sohn und lebt in Berlin. Auszeichnungen 2000 Goldene Kamera, beste Nachwuchsschauspielerin 2016 Deutscher Filmpreis, beste weibliche Hauptrolle 2016 Deutscher Filmpreis, beste weibliche Nebenrolle 2021 Deutscher Schauspielpreis in der Kategorie Schauspielerin in einer Nebenrolle in Polizeiruf 110 der Verurteilte.